hallo und herzlich willkommen zurück zum Historischen Makedonien beziehungsweise um wir spielen ja sowohl wie Alexander vorgegangen ist und um ja letztes mal haben wir die Bakterien ziemlich auf den Arsch getreten versucht genau und ja das war jetzt ein bisschen nervig aber das ist nerviger ich muss wieder ein bisschen reinkommen ich habe eine kleine Pause gemacht weil ich vor produzieren konnte und jetzt heute hat die Arbeit an meinem Meisterstück angefangen und dementsprechend muss ich jetzt schauen dass ich also heute habe ich ja schon ein paar folgende Rom wieder aufgenommen also die Kampagne Rom und er genau und deswegen entschuldige wenn ich währenddessen manchmal zum Brot schnambulier fresse greifen weil ja ich bin gerade von der fortbilderung wieder zurück und das ist dann immer ja warte welche farbe habe ich ja siehe siehe da lila plus blau und so ich könnte ein paar ich habe nur 6.000 okay der hat ganz ehrlich wie groß ist meine wieso sind die pikiniere so angeknackt hat er habe ich da gerade habe ich da nicht gerade schon mal was abgewehrt ich weiß es nicht ich weiß es nicht mehr gut du bekommst das neu aufschlagen tapfer super forschungsrate ist auch immer gut aber konvertierung ist gerade besser da ist Untergang bei Forschung das bekommt Prozent der Verteidiger die 10.000 näher du bekommst es die Verteidiger Palace aber du hast schon gerade und du hast auch kommentieren dann die 10.000 bekommen du hast auch können ein kommentieren aber das brauche ich da ja eigentlich nie also hätte ich auch ihnen gehen können die Idiot Martin du hast ein zu wenig warum hast du ein zu wenig wen hast du zu wenig Du stoppst mal dahin sehr schön und holst dir pikiniere neopeliten pikiniere habe ich genug so und dann schauen wir mal genau Kavallerie Hopliten Kaserne das klingt doch wichtig um mal schauen wie es hier aussieht genau die haben jetzt gesagt so ja um body is bad in das Paris habe ich ja gesagt weil um ja war ja historisch genau um jetzt werde ich mir so ein Portal hier einnehmen und du gehst hier rein weil da sind ein bisschen Partien die oder paar Part hier die dich nicht so mögen so ähm genau die Armeen habe ich hier jetzt weggeschickt ne das war glaube ich die genau Alexanders Vermächtnis wo ist Untergang das äh Stolz da ist Untergang ok ähm mit dir könnte ich hier angreifen ja bam voll den Rücken rein das ist da fein so gut dann gehe ich mal zu den Kamelen damit äh ich mich wieder äh regenerieren kann ach du und du hast ein Level Up das sieht man sehr gerne und du könntest hier angreifen ähm ach auch hochziehen fragt nicht ich weiß es selbst nicht und äh ja sollen wir das machen komm ich ich also es wird relativ einfach sein weil ja Banner Pekingiere sind äh meh östliche Sperrkämpfer sind noch mehr meh und äh ja soll ich das dann spielen tausend achthundert neunhundert ja knapp 2000 ich habe auch knapp 2000 äh ich mach mal zufall äh zufällig die Mitte äh oder ich belagere und warte bis der da dazu stößt ich weiß nicht ob er das macht aber ne der ist gerade ziemlich alleine ne komm dann die die Armee die alleine ist muss man schon mal würdigen hier also äh oder okay okay der Feind begibt sich zum Kampf ausfällt hinaus da muss man ihn wirklich werden weil das machen nicht viel ja mhm 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 ich mach eine starke linke mhm 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 bliebten davor die Kavalerie und davor die sperrkämpfer okay interessant hätte ich nicht so gemacht Trail gegen dd 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 d dd d dd dd d h vor Sport sooner Prozent eine Möglichkeit ich will ja die 20 Minuten vollmachungen damit ich Werbung total Daniel mich hat keine mehr herungen des Boschers jours aufgefallen oder ihr habt ihr adblocker wo kommt die verstärkung wahrscheinlich ist sie da schon hatte 246 18 14 16 18 20 ja die ist schon dabei so schön dann hat er hier ein eingebaut das hat mich überrascht sehr schön das war super finde ich gut männer wanken unser general wird angegriffen finde ich gut glücklich ich hätte nicht zuschauen sollen aber aber ich jetzt gemacht so nehmen es jetzt die gehen jetzt doch noch mal hierhin die haben uns natürlich nicht gecheckt ja natürlich er merkt man sieht er den Befehl die schlacht wendet sich zu unseren guten eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht so du gehst jetzt da rein du gehst da rein du gehst da rein schön auf den general körper die bereich es ist aber jetzt nicht jetzt ist sie vorbei wenn wir den general nehmen nicht ja das mit dem fernkampf aber recht sie sind blöd Der feindliche General ist tot. Die anderen schaffen das nie. Also, ähm, könnte sein, dass noch irgendwie Artillerie sowas schafft, aber bevor die so heftigen Schaden machen, äh, geht die Munition normalerweise aus. Oder es ist halt ein Bug und der, der Gegner macht das alles aufm, aufm Haufen drauf. Kann auch passieren. So, nochmal Futter. Ah, stimmt hier. Hier muss ich, hier muss ich, äh, noch schauen mit den, mit, mit der Kohle. Also mit den Kohlen. Das ist immer, äh, gefährlich, wenn man von, ein, ein Let's Play kommt mit, ähm, mit, ja, äh, mit, ähm, Rom, jetzt zum Beispiel. Und da habe ich, äh, ja, ich glaube über 400.000. Und, äh, das ist nicht mal viel. Also, oft wenn man da im Let's Game ein, ähm, ein Bürgerkrieg bekommt, äh, braucht man, äh, fast schon ein bisschen mehr, vor allen Dingen, weil dann eben alle von überall her kommen. Und das ist dann schon öfters, äh, sehr gefährlich. So. Okay. Na dann schauen wir mal, was der zu bieten hat. Der hat, äh, der, wie, wie will der das schaffen? Hm. Wo ist der? Der ist da. Also, würde ich hier hingehen. Und hier. Dann stelle ich mal meine Pigni-Einheit. Oder warte mal. Das haben wir ja schon so oft gemacht. Wie wär's, wenn wir uns hier zurückziehen? Hm. 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 Da hat er drei, äh, Punkte, wo er angreifen kann. Und hier quasi nur zwei. Befehl verstanden! Eure Befehle! So. Ja. Wow. Das ist ja fast, äh, fast korrekt. Naja, okay. Dann machen wir mal so. Hm. Kann die hier überhaupt raus? Mal schauen. Gut. Kavalerie. Und die, äh, ja, Attrappen. Wieso hat er... Wieso hat er... Und mit denen hätte er ja wohl noch, äh, ja egal. Echt jetzt? Hm. Ja, das geht. Gut. So, jetzt, äh, schnell weg da. Ganz schnell weg da. Ganz schnell weg da. So. Ne, ich, ich dachte mir schon, dass, dass die da nicht hochkommen. Weil das einfach verpackt ist da. Warte, ist das fies. Ihr schossen bereit zum Einsatz... Doppelte Geschwindigkeit! Bereit zum Einsatz! Bereit! Ja, ich kann es eigentlich vorsprungen. Ja, hier kommen die irgendwie nicht runter und hier kommen die nicht raus. Hmm. Wir haben die Tore eingenommen. Ich hatte immer noch nichts verloren. Ach, schau, schau mal. Okay, also das sieht ja nicht so krass aus. Hm. Ja, ne? Das war's dann. Hm, 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 hm. Okay, also wie hätte er das einnehmen können? Antwort gar nicht. Also egal was er gemacht hätte, er hätte es nicht gewinnen können. Weil, ähm, ja er hatte die falschen Einheiten dafür. Unser General wird angegriffen. Ja, genau. Jetzt töten die den noch. Wir haben die Tore eingenommen. Genau, also, ähm, er hatte zwar, äh, ich glaube vier Nahkämpfer. Aber, also, ja, hier, hier konnten die nicht runter. Das war eine verpackte Karte. Besser wäre es hier gewesen. Besser wäre es hier gewesen. Klar, da, da waren zwar drei Türme. Und da hier, also, da war ein, da ist ein Turm, zwei Türme, äh, ja, besser als, da Salz, hier, drei, und da vorne, ja, zwei, also, naja, er hatte einfach zu wenig dafür. Warte ich, ich schicke mal den General raus. Hallo, Überraschung. Super. Boah. Ich habe 28 verloren. Ich weiß nicht woher, aber okay. Äh, äh, Fernkämpfer. 13, 3, 2. Wahrscheinlich, wann es die zwei, äh, Fernkommadier um noch abgefangen wurden. Das kann sein. Gut. Ja, sehr spannende Schlacht. Ähm. Okay. Was immer ihnen Freude macht. Gut. Ich glaube, äh, wir hamstern schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir schauen noch kurz, äh, wie es fertig wird. Und dann, ja. Gut. Also mit diesen Umsturz, äh, will ich euch in euren Feierabend, äh, entlassen. Und, äh, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. und wieder sehen wir uns beim nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Und, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. iverrö Nothing.